Musik 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 Ich habe Grunsch nur zu essen hier Doch du hast noch Beine auf deinem Feld oben Musik Brauchst du welches? Nö Sonst hängt noch eine rohe Exit in meinem Haus So So Soit er breit 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 Relativ Kann ich damit auch schaden? Geschwindigkeit? Soit er breit Soit er breit Soit er breit Soit er breit Haben sich irgendwo noch Gift Bären? In der Base stehen überall Büsche rum Da muss ich noch weiter Hat jemand von euch noch Alkohol? Ja, vier Flaschen. Brauchst du das? Nein. Nein, brauchst du... Wo ist denn? Ich kann dir auch noch welche geben. So, warte, äh... Hier, ich mach den hier rein in den Schrank. Hier, ich mach dir auch noch rein, was ich hab. Ich hab die maximale Anzahl an Molotows, äh, gecraftet. Die Tarnrüstung jetzt schon anzuziehen, bringt mir die überhaupt irgendwas? Welche? Die, äh, sie meint die Tarnrüstung, die du mit allen Echsenhaut und im Rest... Äh, die Tarnrüstung, wenn du die jetzt anziehst und es kommen Mops auf dich zu, kannst du dich ins Gebüsch hocken, dann sehen die dich nicht. Aber du darfst kein Feuerzeug natürlich anhaben. Genau, es muss dunkel sein. Im Dunkeln ist gut munkel... Oh Gott, nicht der... Ich mach mir noch Giftpfeile. Für was? Beim Endboss bringt das doch gar nichts. Nicht? Keine Ahnung, ich glaub mal eher weniger. Ja. Ah... Oh. Äh... Ach, mein ich hier... Gut. Oh, hier gibt es noch Pizza. Ja, aber was bringt denn das, wenn du beim Endboss eben mit Dings rangehst, mit Pfeil und Bohr? Pssst, 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 einfach pssst. Nö. Warum nicht? Ich meine, warum? Ich bin Ike. Ja, naja. Okay, seid ihr bereit, 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 seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ich war nicht ganz. Wir müssen dann, ja? Stell dich mal genau hier hin, wo ich gerade bin. Warte, ich muss über diesen FPS-Einbrüchen erst einmal. Genau hier, so. Ja. Und guck mal auf das Viech. Sieht aus wie ein Dinosaurier. Achso, Tatsache. Loll, jetzt wo du sagst. Trotzdem hat das da so ein komisches Loch. Ich glaube, ich habe das Hinterteil hier erwischt. Was denn? Hier, Cassie bringt wieder Verwandtschaft mit. Alter, bring mal deiner großmütige Benehmen bei. Die hat halt was Schlechtes gegessen. Tut mir leid. Kann ich ja nichts für. Kann man mit der Kettensäge auch, Leute. Richtig gut kochen. Versuch's. Nein, die machen meine ganze Rüstung kaputt. Fällt dir jetzt erst auf? Hat man noch Knochen? Ich habe noch eine ganze Knochenrüstung im Endeffekt. Ach, 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 ach. Nein, das ist meine Ersatzrüstung. Ja, ich weiß, ich habe fünf Knochenrüstungsteile und eine Sahnrüstung komplett. Muss reichen. Das sieht irgendwie witzig aus. Cassie? Mit dieser Schädelmaske siehst du viel hübscher aus. Das bringt deine Augen so zum Vorschein. Was ist mit Melvin los? Danke, danke. Keine Ahnung. Ey, Merkfeld, macht bespreit. Was? Das ist aber noch nicht bereit, okay. Ja. Ich muss noch Dinger verbrennen. Cassie Familie verbrennen. Ach so. Cassie Familie. Cassie, da habt ihr auch so ein komisches Baby dabei. Dein Baby? Hattest du so einen kleinen Bruder? Ja, kann das sein. Könnte, ja gut. Was? Lieber Blick mal bei meiner Familie, tut mir leid. Da hat eben so etwas komisches rausgeguckt. Es sah aus wie ein Baby, aber es kann auch ein Arsch gewesen sein. Herrbox, vielleicht war es ein Männchen und du hast das beste Stück gesehen? Nein. Sicher? Ich wäre es nicht das beste. Stimmt, das beste sind immer noch die langen Zähnegel. Genau. Melvin, 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 was machst du bloß? Was wohl? Ja, gut. Wir müssen halt auf Melvin warten. Hat der sich abgemeldet? Nee. Er hat gesagt, er ist kurz weg. So ein Arsch. Alter Arsch, komm wieder. Ich brauch dich. Ich warte in der Kirche, bis es soweit ist. Oh Gott. Der Tag war anstrengend. Vor allem irgendwas muss noch gebaut werden. 144 Stöcke, 28 Baumstämme, 26 Blätter. Das mit den Stöcken ist mein Teil da oben. Zwei Steine und ein Stoff. Warte, eine Sache kann ich minimieren. Ich habe gebetet. So, halbwegs. Wisst ihr was? Wir bauen den Melvin jetzt einfach ein mit einem Zaun. Dann hat er Pech. Dann ist er für immer hier gefangen. Oh, ist er verhungert. Dann ist er trotzdem von schuld. So? Oh, Brombeeren. So? Ich habe nur noch Heidelbeeren. Wo sind Brombeeren? Wofür brauchen wir bitte schon noch so viel Zeug? Da hinten muss jemand brauchen. Oh, ich brauche noch Stöckchen. Danach ist Melvin eingebaut. Ach, Stöcke habe ich. Brauchst du welche? Ne, ich farm gerade selber. Achso. Wofür brauchen wir einen Stoff? Da hat irgendjemand sein Bett noch nicht fertig. Hehehe, Melvin ist eingebaut. So, bin wieder da. Ike, bleibst du mal da stehen? Nein. Ike? Melvin, soll ich das letzte Stück auch noch zu Ende bauen? Nein. Doch. Mann, jetzt habe ich hier so einen Kis. Ich bin mal am Haus. Wir hauen doch sowieso weit von der Insel ab. Ja. Das ist doch hübsch. Ja. Geh mal rein. Ich brauche mich mal raus. Ach, ja. Darf ich noch Zeug nehmen? Ich trage es noch. Ach, du Schokoriegel. Das war deine? Ja. Darf ich Zeug tragen, Melvin? Zeug? Zeug. Ich habe doch gar keine Rüstung. Das darf ich tragen. Doch, hast du hier die Händchen. Ja, das ist die Zahnrüste. Darf ich tragen? Darf ich tragen? Nein, warum? Ich brauche keinen Schmerzen. Das ist die Zahnrüste. Nein. Doch. Können wir jetzt los, 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 können wir jetzt los. Wir sind welche. Oh, hier liegt noch Medizin rum. Nimm sie mit. Ja, nein, kannst du mit dem Boden. Ich brauche eine Medizin, ich habe irgendwie ein bisschen wenig Leben. Vor allem jetzt müssen wir zusammenbleiben. Hier liegt eine noch auf dem Boden. Bei Melvins Haus. Okay. Oder bei mir. Wir müssen alle zusammenhalten. Wer dreht so rum? Äh, Cassie. Falsches Haus. Da, wo ich drinstehe, da drin. Uah, hier draußen sind ja welche. Ich habe jetzt auch zwei Energie-Plus-Mischungen gemacht. Na, Melvin. Ey, diese Steuerung, ey, leck mich doch fett. Warte. Na, Saarbrot. Hach, hach, hach. Hach, hach, hach. Was wird das hier für ein Date? Geh weg. Hallo, Großvater. Also, warte mal. Du kannst gern mit Tyrox auf ein Date gehen, aber nicht mit mir. Hilfe will nicht. Dann nimmst du Cassie. Warum rennt der Typ weg? Ich brauche Knochen. Warum rennt der Typ weg? Ich brauche Knochen. Ja, die rennt weg. Ich brauche Knochen. Warum? Danke. Danke. Warum brauchst du Knochen, Melvin? Weil ich, ähm, weil man... Hast du schon mal Tennis gespielt? Hast du schon mal Tennis gespielt? Los! Oh Gott. Das kann nicht gut gehen. I am playing Tennis. Tennis, Tennis, Tennis. Ich bin zwar wenig Schaden, aber es hält... Ich spiele einhändig Tennis, GG. Weesports Tennis. Sei der bereit, sei der bereit! Bobbingkreis, Salvat! Boah, jetzt fühle ich mich gemobbt. Irgendwie werd ich jetzt nass. Mobbingschweiß. Malwin, dein Haus gefällt mir nie, drinnen Miles werde ich nass. Salvat! Hast du Medizin mitgenommen, Eiken? Nö. Ich bin noch komplett voll. Warum soll ich malfallen so eine Medizin klauen? Salvat, komm da her! Salvat, komm daとか mir wellen. Medizin genommen, nicht für unser Allgemein. Ich hatte, ähm, meine Schränke waren alle voll und den Rest habe ich dann verteilt, also konnte sich jeder bedienen. Bist du, bei mir kann sie jetzt auch jeder bedienen? Naja, dann gehe ich jetzt Cassys raus. Ach, das bist du total... Das ist Cassy, ernsthaft? Was denn? Wollen wir doch mal was mitbrennen? Das wäre ein Kannibale. Und dann dachte ich, das wäre Tyrox. Ja, Tyrox. Ja, mach, hier draußen ist irgendwo ein Lagerfeuer gewesen. Wollen wir das hier verbrennen? Ja. Da unter der Hütte ist an. Ne, hier. Tyrox, wo ist er? Tyrox. Bring her. Cassy, falsche Richtung. Oh, der Arsch ist so wunderschön. Also Tyrox. Ist du schattet? Ich wollte eigentlich nur Cassy folgen, aber Cassy, wo bist du jetzt? Cassy, du bist Cassy. Leg den, leg den, leg den her. Ich frage mich, wenn ich die Cassy jetzt kicke, ob der dann in der Luft hängen bleibt oder zum Boden fährt oder auch nicht weg ist. Wo war der bei denn? Ey, setz deine Maske wieder auf. Meinst du die Horrorclown-Maske von dir? Wo, Cassy, wo ist deine Maske hin? Keine Ahnung. Du hast keine Rüstungsteile mehr. Guck mal, was ich dir gebe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, wann sollten die kommen? Ja. Normalerweise, wenn man zwei verbrennt. Aber du hast halt nur einen drauf. Ich weiß auch nie, wie das genau war auf dem gehosteten Server, wann die da genau aufgetaucht sind. Also bei mir sind die schon mal aufgetaucht. Da haben wir, glaube ich, zwei gleichzeitig verbrannt. Zwei oder drei gleichzeitig verbrannt. Huia, 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 huia. Huia, 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 huia. So, Schlankentier, wo bist du? Äh, Schnecke. Äh. Ich hab was gehört. Ich weiß aber nicht, ob das aus meiner Wohnung kam oder ob von sofort ist. Ich kann tauchen. Das war nur ein Furz. Nee, das hat sich so Buuuuuh. Oh. Das war das Spiel. Ich kann tauchen, Gold. Er wird uns holen. Ja, vor allem, es gibt noch einen schönen Knau. Stimmt. Neues Tier entdeckt. Dori. Dori. Ich bin der Dori. Wir haben Dori gefunden. Was? Was macht? Warum? Können wir jetzt los? Nein, ich bin gerade geliebt. Aus Versehen. Fisch. Hast du gespeichert? Fisch. Kessi, hast du gespeichert? Ja. Sicher? Ja. Wie oft hast du mich jetzt angelogen? Ja. Weißt du, da wir weggehen, haben wir auch ganz, ganz viele Dobis zu. Cool. Ey, das ist eine gute Idee. Wir brauchen, wir brauchen Speer. Man hat einfach das Katana zum Fischer aufspießen. Ja. GG. Ich komme noch nicht rein. Ist der Gesamtbereich jetzt eigentlich tot? Ja. Noch Beine hängen. Oh! Okay, ihr kriegt Besuch. Oh, guck mal. Ich habe noch... Guck mal, ich habe neue Tierarten gefunden. Da ist gerade jemand in die Base gerannt. Viel Spaß mit dem. Warum sind meine Wasserschalen alle leer? Wo bist du nun schon wieder hin? Melvin, meine sind auch alle leer. Oh! Auch neue Pfeile, unbedingt. Na dann, los jetzt hier. Und genau. So, der Raff, mach los. Aber Pfeile könnte ich auch noch ein paar gebrauchen. Geht ihr? Nee, ich gehe jetzt noch schnell Pfeile holen mit Melvin und dann... Pfeile Box, du hast Besuch in deinem Haus. Möcht mal hoffen, dass du da bist, Cassie. Dann mit mal hier, ne? Und so richtig geil. Jo. Die Teile sind ja richtig doll. Ach, und wenn... Wenn... Ich stelle jetzt etwas fest, das muss dann Cassie einhalten. Wenn wir es schaffen, den Endboss zu besiegen, muss Cassie für uns treppen. Alles klar. Alles klar. Bin ich nicht zufrieden. Der Erste, der antwortet. Melvin, ich hatte echt eine ganz andere Seite von dir erwartet. Tut mir leid, aber hier... Ja, stimmt. Priester, du bist dran? Ja, der Pri... Warte mal, die Priester leben doch eh in Abszinenz. Irgendwann muss er ja aber auch mal zum Schuss kommen. Tja, zum Schuss. Hier ist sogar noch ein geschlossener Koffer. Cool, da ist eine Medizin drin. Also... Das musst du jetzt nicht sagen. Ja, was denn? Zum Schuss. Ja. Na, warum nicht? Also... Einen Schuss Sahne? Ey, schnell, du willst eine Füllung. Ich füll die Schwine ganz an Weihnachten. Ah ja, sei ein Wort. Sei ein Wort. Cassie. Ich weiß, wir werden im Wald hier verrückt, aber... Ich sehe dich da oben. Ich sehe dich. Ganz deutlich, du Skinhead. Was ist das? Skinhead. Alter. Cassie. Okay, ich bin auch so legendär. Cassie. Könntest du bitte aufhören, mein Dach zu vögeln? Nee. Nachher ist meine ganze Wohnung nass. Äh. Äh. Okay. Die hat schon ihr hartes, langes Ding draußen. Das sieht halt wirklich so aus, als ob du deinen Püggel vor dir hältst. Yo, Ike. Cassie, ungefähr so hier sieht das aus. So, Cassie, weißt du, was... Boah, Cassie, nee, nee. Was passiert denn jetzt, Hanno? So, jetzt will ich auch mal gucken. Cassie, nimm nochmal den Arm in die Hand, einmal sneaken oder sp... Oh Gott. Cassie? Weißt du, was wir jetzt machen? Wir spielen jetzt Tennis. Ja, wir spielen jetzt einfach Tennis. Ja, Tennis. Hat wer noch ein Ein-Hasen-Fell? Nö. Oh, ich kann nicht mehr. Na? Na. Na? Na, Tennis-Freund? Na, wer? Ne, hey, lau. Ja, ha, ha. Hallo. Was geht's? Das kann dauern. Wie geht's von einer nicht vor andenen Frauen? Also, ich hab hier noch genug, äh, heute auf der Insel. Ich muss mich nochmal voll futtern, denn irgendwie hab ich hier alles verloren. Ey Leute, wusste der was? Ich kann, ich kann mit meinem, ah, ah, Hilfe, ähm, ich, ich, äh, ähm, kann mit meinem Tennis-Schläger, ja, 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 also ich. Kannst du nicht Tennis spielen? Nein. Das geht nicht. Ich glaub, dafür ist er auch nicht gedacht. Ich weiß nicht, wofür der gedacht ist. Wahrscheinlich für irgendwelche. Nicht zum Tennis spielen. Ja, aber auch nicht zum Schaden machen. So, seid ihr fertig jetzt? Wisst ihr? Ich futter mich auch nochmal bei Ike oben auf dem Seil. Ha, ha, alles weg. Nein. Du weißt, was hier ich spielen kann. Also, ich mach mich jetzt auf den Weg. Den Tennis-Schläger kann ich spielen. Ich bin ein Rockstar, dance until I drop. My life is so hard if I miss the club. My stage is the dance, your party never...